Der Newcomer der Pop-Szene Ja, das will ich. Willkommen. begibt sich nach einem verpatzten Auftritt in ein Kloster, um dem Trubel der Massen zu entfliehen. Doch der Mönch stellt ihn auf eine harte Probe. Was denken Sie? Ich denke nicht, ich sitze. Der Sänger muss entscheiden, was ihm wichtiger ist. Ruhm oder Ruhe.